Wie hat die Leute gesehen? Wie war es heute? Ja, wir haben letzte Woche schon gesagt, dass es in Gladbach klappt. Aber jetzt hat es diese Woche geklappt. Ich meine, der drei Spieltage vorher deutscher Meister wird, der ist auf jeden Fall verdient. Jetzt gibt es kein Halt mehr. Ab in die Stadt. Ab in die Stadt, jetzt gibt es kein Halt mehr. Also absolut verliert die deutsche Meisterschaft. Jetzt gibt es kein Halt mehr. Sagst du, was passiert denn heute noch? Ja, ich denke, es wird nicht so ein Meisterfeuer wie am 14. und 15. Mal, wo alles gesperrt wird. Aber ich denke, in der Stadt wird es total erfolgreich. Ich denke, in der Stadt wird es Ekstase pur sein. Und nie überraschend, die deutschen Meisterschaft ist noch schöner.